In diesem Film möchte ich Ihnen zeigen, welche Wege Ihnen offen stehen, wenn Sie sich für das Reporting interessieren im Zusammenhang mit dem Aktien- und Zertifikate-Handeln. Wie bei allen anderen Konten, die Sie über den NanoTrader handeln können, ob das jetzt Live-Konten sind oder ob das Demo-Konten sind, Paper-Konten sind, haben Sie das sogenannte aufgeschlagene Buch, den Trade Report, im Konto. Hierüber können Sie sich eine Liste erzeugen für alle Orders, die auf dem jeweiligen Rechner bei laufender Plattform ausgeführt worden sind. Also würden Sie darauf klicken, in dem Fall hatte ich jetzt hier keine Order ausgeführt, während der NanoTrader auf diesem PC lief, dann würden Sie die Orders gruppiert nach Datum und sortiert nach Uhrzeit. Dann haben Sie die Order-ID, das jeweilige Instrument, der Order-Typ, der Order-Status und, und, und finden Sie alles in diesem Trade Report. Das ist das, was Ihnen aus der Plattform heraus möglich ist. Würden Sie hier über Portal Multi-Asset-Konto-Manager wählen, dann kommen Sie in die Kontoverwaltung. Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Sie können auch hier schon zu den Statements, also zu den Kontoauszügen bzw. zum Reporting navigieren, klicken auf Login, loggen sich ein und kommen dann in die Plattform oder beziehungsweise in die Kontoverwaltung oder den Account-Manager. Und hier haben Sie unter Berichte, Aktivitäten, die Kontoauszüge. Hier haben Sie unglaublich viele Möglichkeiten, das selbst zu konfigurieren und sich da ein Setup an Auszügen und Berichten selbst zu erstellen, die Sie dann immer und immer wieder in der gleichen Formatierung auswählen. Dafür gibt es auch Hilfematerial, Schulungsunterlagen. Da bitte ich Sie einfach im Detail, sich das anzuschauen. Aber wie gesagt, entweder aus der Plattform heraus, hier über den Trade Report oder Sie gehen über Portal und Multi-Asset-Konto-Manager. Dann kommen Sie zu den vielfältigen Reporting-Möglichkeiten im Kontext Aktien- und Zertifikatehandel.